Ein weiterer Tag auf Madeira und zuallererst ging es nach Fanal zum Zauberwald. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nach dem Zauberwald heißt es erstmal wieder nach Hause kommen, ein bisschen entspannen und ausruhen, bevor es weitergeht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020